Wenn das geklappt hätte! Ja, ich wurde schon wieder weggeschleucht. Ja, ich bin schon wieder tot. Ja, und trömert halt in meine Fresse. Ich wusste... Das wird nichts. Computer! Mein Monitor ist raus! Ey, das ist nicht wahr! Du bist gepackt! Ja, danke, Roman! Na! Na! Guck mal, mein Cent geht weiter! Ich bin nicht. Der Gegner, wobei er denn gerade machte da. Muss hier einen nehmen. Der Gegner, der Gegner. Komm mal, wir kümmern uns gerade auf. Ich hab den Kopf gebläht, hab die Schuhe weggenommen, ich bin so gelandet, das kannst du mal, jetzt sollst du uns den auf dem Fahrwerk klappeln. Das geht ja gar nicht. Aber mach nicht das, was ich jetzt mache. Oh mein Gott. Aber mach nicht das, was ich jetzt mache. Das kann nicht sein, Alter, was ist denn das? Bist du da gelandet? Habt ihr das auch gelandet? Ja, zufie, das bitte mal jetzt. Du musst ja jetzt mal jetten. Was sagst du? Ich versteh das nicht. Geht das mal über... Alter. Alter. Oh mein Gott. Ja, so ungefähr. Oh nein. Mann, Maus, Alter. Ich hab... Lichy hat mich gekillt. Ja, klar. Danke. WOOOOO! Ich war durch. Lichy. Buh! Prost. Du bist schon wieder. Guck mal, wo ich häng. Es sind keine Pipelines, ich seh nur... Lichy, Rabe, Lippi und Maus. WAAAH! Jaaah! Ach, Juh! Du siehst wirklich keine Pipeline! Ich seh auch keine, ich seh nur nicht! Jaa! Ist doch wieder eine Hauchlung! Ich bin doch wieder tot! Alen! Hahahaha! Du siehst den Darm hochziehen! Komm mit der Hinsenlisende Wand! Jaa! Du darfst sofort hochziehen, wenn man so! Guck dich das schon mal an! Die Arme nähe ich! Ich seh nur noch eure Schäden! Ja, Red guckt total unmotiviert bei dir! Also der kommt immer näher! Ihr hängt euch immer größer! Irgenden Kopf schenkt ihr mit in der Mitte! Aaaaaah! Aaaaaah! Yes! Aaaaaah! 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 Ich hab ihn im Leben! Oh damn! Hehehe! Aaaaaah! 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 Aaaaaah!